Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Weihnachten bei Familie Schnur aus dem Annette Betz Verlag näher zeigen. Das Buch hat 26 Seiten, kostet 18 Euro und ist ab drei Jahren empfohlen. In diesem Buch geht es um die Katzenfamilie Schnur und wie sie sich auf die Weihnachtszeit vorbereitet. Das heißt, sie schmücken das Haus und backen Fischplätzchen oder verschicken Weihnachtspost. Dann kommen die Großeltern und Weihnachten kehrt in der ganzen Stadt ein. Nachdem sie die winterlichen Gartenarbeiten auch erledigt haben und Geschenke gebastelt haben, kann endlich die besinnliche Weihnachtszeit gemeinsam am Kamin genossen werden. Ja, ihr seht, das Buch ist absolut zauberhaft. Also die Bilder sind unglaublich liebevoll und versetzen einen in eine sehr, sehr warme Atmosphäre beim Lesen. Das ist auch definitiv perfekt für die Weihnachtszeit, finde ich. Und durch die zahlreichen Klappen ist das Buch auch immer wieder für die Kleinen ein Vergnügen. Also es sind sehr, sehr viele, wie ihr hier sehen könnt, wirklich überall sind ganz, ganz viele kleine Klappen versteckt. Und ja, es macht super, super viel Spaß, einfach für die Kleinen diese ganzen Öffnungen auch natürlich zu öffnen und zu schauen, was dahinter steckt. Und deswegen absolutes Vergnügen für die Weihnachtszeit, das Buch. Also es ist jede Menge zu entdecken und die Bilder sind auch echt super, super schön gemacht. Hat uns sehr gut gefallen. Ein ganz tolles Buch für die Weihnachtszeit. Wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Das Buch findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gern einen Daumen da. Und ja, vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut.